Erst vor kurzem in dem Video, in dem das Thema war, was ich denn gerne an Jurassic World oder auch Jurassic Park verändern würde, wenn ich dazu die Möglichkeiten hätte, da habe ich darüber gesprochen, dass ich am liebsten, naja, so einen röteren Faden durch die gesamte Jurassic World Trilogie gehabt hätte. Als Beispiel habe ich hier Louis Dodgson und Biosyn genommen, die quasi schon von Jurassic World 1 an hätten aufgebaut werden sollen und dann eben bis hin zu Jurassic World Dominion eine Rolle spielen. Bei dieser Meinung bleibe ich auch komplett, allerdings haben wir tatsächlich einen roten Faden abseits von Owen und Claire, der uns quasi als Protagonist der Reihe durch die Jurassic World Trilogie begleitet. Die Rede hierbei ist von Dr. Henry Wu, der ja nach Jurassic Park 1 für uns in den Filmen erstmal keine Rolle mehr gespielt hat und dann erst zu Jurassic World Zeiten im Jahr 2015 wieder aufgetaucht ist und plötzlich irgendwie nicht mehr derselbe war. Was genau ist zwischen Jurassic Park und Jurassic World passiert, dass Dr. Henry Wu quasi diesen Charakterwandel durchgemacht hat oder war der Charakter von Dr. Henry Wu vielleicht schon immer eher zerrissen? Ich habe hier eine Antwort für euch, wir sprechen über die Geschichte von Dr. Henry Wu nach den Ereignissen von Jurassic Park. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Zweifellos hatten die Ereignisse aus dem allerersten Jurassic Park Film, der sogenannte Injun Vorfall, große Auswirkungen auf das Leben von Dr. Henry Wu eben nach diesem Vorfall. Nachdem Dennis Nedry die Sicherheitssysteme des Parks abgeschaltet hatte und damit auch die Zäune lahmlegte, ist der Park ja mehr oder weniger untergegangen. Die Situation ist außer Kontrolle geraten und es gab mehrere Todesopfer im Park. Zum einen hat es Dennis Nedry selbst erwischt, der es eben nicht geschafft hat, rechtzeitig bei den Docks anzukommen, weil er mit einem Dilophosaurus eine kleine Meinungsverschiedenheit ausdiskutieren musste und dann eben von diesem gefressen wurde. Ebenfalls hat es auch den Anwalt Injuns Donald Gennaro erwischt, der vom Tyrannosaurus Rex gefressen wurde und auch Robert Muldoon, meinem persönlichen Lieblingscharakter, der auf der Jagd nach einem Velociraptor, naja, eben herausfinden musste, dass die Velociraptoren vielleicht doch ein bisschen cleverer sind als er selbst. Henry Wu hat diesen Vorfall scheinbar relativ unbeschadet überlebt. Zumindest hätte er das Ganze körperlich sehr gut überstanden. Und auch der Enthusiasmus Wu's hat nicht wirklich nachgelassen, denn Dr. Henry Wu hielt auch nach dem Vorfall im Jurassic Park weiter energisch an der Wichtigkeit seiner Forschung fest. Er würde nahezu alles tun, um diese Forschung wieder aufleben zu können, denn nach dem Injun-Vorfall wurde das Klon und das Erschaffen solcher Dinosaurier offiziell verboten, also als illegal erklärt. Henry dachte also weiterhin darüber nach, wie er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Da kam ihm natürlich ein Simon Masurani letztendlich relativ gelegen, aber dazu kommen wir noch. Denn eine Sache, die Henry Wu ebenfalls, naja, mehr oder weniger vermisste, abseits seiner Forschung, war die Anerkennung, die er von John Hammond und gesamten Injun genossen hat. Ja, tatsächlich ist einigen offiziellen Schriften und Skripten des Jurassic Park Drehbuchs zu entnehmen, dass Dr. Henry Wu mehr oder weniger als eine Art Heiliger gehandhabt wurde. Denn er war derjenige, der John Hammonds Vision letztendlich erst umgesetzt hatte. John Hammond gab ihm zwar das Geld oder finanzierte das ganze Vorhaben, aber Dr. Henry Wu erschaffte dann die Magie und quasi die Dinosaurier selbst, die er dann letztendlich zu der Geschichte geführt haben, die wir im Kino genießen konnten. Wu konnte seine Forschung nun also nicht mehr weiter fortsetzen und auch die Anerkennung von Mitarbeitern fehlte ihm komplett. Noch dazu hat Henry Wu mit der Zeit angefangen, selbst an seinen eigenen Interessen zu zweifeln. Ist das überhaupt richtig, was er hier macht? Kann das irgendwie in ein richtiges Licht gerückt werden? Ist er daran schuld, dass das, was im Jurassic Park passiert ist, eben wirklich passiert ist? Wenn man genau darüber nachdenkt, müsste man sagen, ja, Henry Wu wäre mitunter, zusammen mit John Hammond, die Wurzel dessen, was dort passiert ist. Allerdings ist seine Forschung ja nur außer Kontrolle geraten, weil Dennis Nedry eben das Ganze zum Eskalieren gebracht hatte. Wäre es auch ohne Nedry letztendlich irgendwann zu diesem Unfall gekommen, es ist sehr wahrscheinlich, wenn wir uns eben auch anschauen, was mit Anlage B passiert ist, die eben keinen Einfluss von Menschen gehabt hat in Bezug auf die Katastrophe, sondern eben von der Natur müsste man sagen, ja, Dennis Nedry war vielleicht jetzt hier der Katalysator oder der ausschlaggebende Punkt, warum das Ganze so weit gekommen ist zu diesem Zeitpunkt. Jetzt endlich müssen wir uns aber alle eingestehen, ja, Dr. Henry Wu hat diese Gefahr erschaffen und hat genau das gemacht, was Dr. Ian Malcolm im Jurassic Park Film auch zu ihm gesagt hat, beziehungsweise zu John Hammond gesagt hat. Die Wissenschaftler waren nur darauf bedacht, ob sie es schaffen konnten, Dinosaurier zu erschaffen, ob sie es wirklich tun sollten. Die Frage stellte sich keiner. Henry Wu kann diese Worte von Ian Malcolm nicht mehr vergessen und er gibt sich immer mehr selber die Schuld für das, was eben passiert ist und eben auch für die Opfer, die zum Großteil auch noch vertuscht wurden. Wie konnte ein Chaos-Theoretiker, ein Mathematiker wie Dr. Ian Malcolm es denn schaffen, diesen Unfall vorherzusehen, während Dr. Henry Wu, das das Mastermind, das Genie hinter diesem gesamten Park, diese Gefahr hat mehr oder weniger ignoriert. Sogar als Ian Malcolm ihn persönlich darauf angesprochen hat, dass das nicht so funktioniert, dass das Leben weiterhin einen Weg findet. Man kann die Natur nicht kontrollieren. Sogar da hat Henry Wu, naja, das Ganze mehr oder weniger weggelächelt. Henry versagte also eine Zeit lang in einem Rausch voller Depressionen und eben auch der Frage, soll diese Forschung jetzt aufgrund dessen, dass ein einziger Fehler passiert ist, wirklich an Akta gelegt werden? Die Antwort darauf kennt ihr wahrscheinlich, nein, die Forschung wurde nicht an Akta gelegt. Denn obwohl die Erschaffung von Dinosauriern und eben die Forschung an jenen offiziell verboten wurde und weltweit illegal ist, hat Henry Wu sich ein weiteres Desaster in diesem Fall zugutekommen lassen und zu Nutzen gemacht, um an seinen Forschungen weiterzuarbeiten. Henry Wu setzte seine Forschung auf der Isla Sorna weiter fort. Die Ergebnisse davon kennen wir aus Jurassic Park 3, sogar mehr als noch aus Jurassic Park 2, denn der Spinosaurus ist ein Ergebnis dieser Forschung. Aufgrund dessen war der Spinosaurus eines der Tiere, die nicht auf Injins Liste standen, weil sie eben nicht von Injun zum Zeitpunkt des Jurassic Park geklont wurden. Nein, Henry Wu hat seine Forschung illegal und im Geheimen weiterbetrieben. Und hier hat er gemerkt, okay, meine Forschung ist weiterhin wichtig, denn ich habe die Macht Gott zu spielen und das kann man auch weiter benutzen. Im offiziellen Jurassic Park Compendium ist sogar die Rede davon, dass Henry Wu zu Zeiten von Jurassic Park 2 und 3, also zwischen Jurassic Park 2 und 3, bereits mit dem Gedanken gespielt hat, dass man Dinosaurier-DNS von zwei verschiedenen Spezies zusammenmischen konnte, um quasi ein komplett neues, eigenständiges Lebewesen zu erschaffen. Der Grund, warum das noch nicht passiert ist, ist lediglich der gewesen, dass die Technik eben noch nicht so weit gewesen ist, wie gesagt, zum Zeitpunkt von Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3. Der Spinosaurus wird offiziell als Desaster beschrieben. Also das Tier scheint nicht so geworden zu sein, wie Henry Wu sich das Ganze vorgestellt hat. Ist vielleicht auch ein kleiner Hinweis auf die Aggressivität dieses Tieres. Ich weiß, wir haben jetzt hier die Spinosaurus, Baby-Spinosaurus-Idee immer noch alle im Hinterkopf, aber die wurde eben nie wirklich umgesetzt. Haben wir jetzt hier vielleicht ein offizielles Argument dafür, dass der Spinosaurus so aggressiv ist, weil Henry Wu das Tier eben, naja, so geschaffen hat. Dass Wu bereits in Jurassic Park 1 mit geheimen Gedanken spielte, da nehmen Fans zum Beispiel diese Szene hier herbei, bei der man sieht, wie Henry Wu ein wissenschaftliches Papier korrigiert. Also er radiert irgendetwas aus und, naja, vernichtet das Niedergeschriebene auf diesem Blatt. Wer das nicht weiß, in der Wissenschaft ist sowas relativ unüblich. Man vernichtet solche Forschungsergebnisse nicht, na, man korrigiert sie eben dann auf neuen wissenschaftlichen Papieren. Das heißt, das, was Henry Wu jetzt hier im ersten Jurassic Park Film gemacht hat, ist eigentlich ein wissenschaftliches No-Go. Es sei denn, er möchte irgendetwas vertuschen. Hat er hier vielleicht schon die ersten Ideen aufgeschrieben zum Kombinieren verschiedener Dinosaurier-DNS? Dazu gibt es keine offizielle Stellungnahme von irgendjemandem. Allerdings ist diese Szene doch sehr auffällig, da sie mit dem Wegradieren Henry Wus beginnt. Das heißt, die Kamera steht ganz bewusst auf Dr. Henry Wu und wir als Zuschauer sehen ganz klar und sollen auch sehen, dass Henry Wu hier irgendetwas von einem Papier wegwischt oder eben wegradiert. Also er löscht auf jeden Fall wissenschaftliche Dokumente. Ihr merkt also schon, der Hintergrundgedanke Wus ist schon sehr lange sehr präsent gewesen. Er möchte in der Welt etwas verändern und dieser Wunsch nach Veränderung ist bei ihm so stark, dass er sogar die Schuld überwiegt, die er am Anfang noch gehabt hatte und die Depression, die das eben mit sich brachte. Henry Wu möchte die Welt verbessern. Das können wir ebenfalls aus dem offiziellen Jurassic Park Compendium entnehmen. Ich habe dir das Buch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du gerne mal draufklicken. Es ist wirklich voll mit Informationen, Side-Plot, Side-Informationen, Behind-the-Scenes-Informationen und Konzepten rund um den Jurassic Park. Dasselbe gibt es eben auch noch zu Jurassic World. Das habe ich dir auch mal unten verlinkt. In diesem Compendium erfahren wir auf jeden Fall, dass Henry Wu ein sehr enthusiastischer Forscher ist, der im Großen und Ganzen nie etwas Böses will, aber er würde über Leichen gehen, um seine Forschung voranzutreiben. Das ist das, was wir auch später mehr oder weniger im Film erfahren. Das heißt, ja, Henry Wu hat schon immer bestimmte Anleihen dazu gehabt. Im Jurassic Park haben wir ihn ja auch nur ganz kurz gesehen und da kam er uns wesentlich besonnener, wesentlich jünger, logischerweise, aber auch wesentlich netter vor, als dann später in Jurassic World. Was vollkommen logisch ist, da er ja dazwischen dem Vorfall in Jurassic Park und Jurassic World eben auch sehr viele Gedankenprozesse in ihm selbst passiert sind. Wu hat also nach dem Indien-Vorfall niemals aufgehört, wirklich an diesen Dinosauriern rumzuexperimentieren und hat seine Forschung nur für eine kurze Zeit an Akta legen müssen. Nach den illegalen Forschungen, die letztendlich auch einen Dinosaurus hervorbrachten, kam ein Simon Maserani natürlich perfekt, um Henry Wu's Künste der Wissenschaft unter seine eigenen Fittiche zu nehmen. Maserani verfolgte dabei eigentlich nur John Hammonds Traum in einer etwas, naja, abgespeckteren und dümmeren Version. Ich meine, ihr kennt meine Meinung zum Jurassic World Park. Das war irgendwie nicht so ganz das, was John Hammonds sich erträumt hatte. Meiner Meinung nach ist das so eine abgespeckte Version. Denn während Hammond wirklich der Welt Ehrfurcht vor Dinosauriern präsentieren wollte, achtet Simon Maserani auffällig stark darauf, dass die Attraktionen die Produkte im Park die Zuschauer anlocken. Henry Wu hingegen nimmt die Gelder und eben auch die Forschungsmittel von Mr. Maserani dankend an, verfolgt aber, wie wir später herausgefunden haben, noch immer seinen ursprünglichen Plan. Er möchte mit seiner Forschung die Welt revolutionieren. Und dann ist es soweit. Auf der Isla Sauna war Henry Wu nicht dazu in der Lage gewesen, die DNS zwei verschiedene Dinosaurier-Spezies miteinander zu kombinieren, weil eben die Forschung noch nicht soweit gewesen ist. Durch die Gelder, die Milliarden von Mr. Maserani, ist es nun aber soweit. Henry Wu ist in der Lage, den sogenannten Scorpius Rex zu erschaffen. Das Tier wird aus Gründen eher militärisch dargestellt. Das heißt, wir sehen hier einen Infrarotblick des Scorpius Rex. Das Tier kann ebenfalls mit Giftstacheln schießen. Und wir erfahren ja später auch noch, dass diese Fähigkeit eben nicht nur dafür da ist, damit das Tier besser jagen kann. Nein, hier werden schon die ersten militärischen Tests dieser Hybriden gemacht. Im späteren Verlauf der Jurassic World Trilogie sehen wir dann eben auch noch den Indominus Rex und kurz darauf auch den Indoraptor. Und das sind eben einfach nur Tiere, die letztendlich seine Forschung weiter ausbeiden. Henry Wu perfekt perfektioniert diese Art von Forschung so weit, bis er letztendlich in der Lage ist, den Tod von, naja, im Fall von Jurassic World Dominion, Heuschrecken zu verhindern. Ja, das macht Dominion jetzt wieder extrem schlecht, weil das alles führt wirklich dazu, dass Henry Wu Heuschrecken erschafft. Das aber auf jeden Fall ist die Geschichte und die Intention hinter Dr. Henry Wu. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, wie ist eure Meinung dazu? Seid ihr der Meinung, Henry Wu ist wirklich der Bösewicht der Geschichte? Oder sagt ihr, ja, ihr könnt nachvollziehen, warum er diese Ambitionen gehabt hat und eben diese Schritte gegangen ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich glaube auch, ich würde nicht wirklich gerne mit der Forschung aufhören, wenn ich dazu in der Lage gewesen wäre, naja, letztendlich sogar den Tod zu verhindern. Allerdings muss ich sagen, dass diese ganzen Wege, die Henry Wu gegangen ist, dann doch sehr, sehr heftig gewesen sind. Gerade wenn wir diese Untold Stories, über die ich auch nochmal ein Video machen möchte, ein bisschen genau unter die Lupe nehmen und was eben auch bei den Forschungen auf der Isla Sorna alles passiert ist, ist Henry Wu dabei doch über sehr viele Leichen gegangen. Wir können aber ganz klar sagen, Henry Wus Wandel ist irgendwie nachvollziehbar und doch von Anfang an, seit der allerersten Szene, in der wir ihn jemals gesehen haben, irgendwie vorgegeben gewesen. Ich bin wie immer auf deine Meinung gespannt und bin für heute raus mit dem Video. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.